Der Jäger, er hat sich hier gemeldet. Ja, der rennt rum. Bist du sicher? Ja, ich hab gerade noch mal angerufen. Oh, ja, er ist nah dran. Klar weiß er, jetzt hätte ich noch mal angerufen. Ach, das ist der Fall. Bist du das jetzt? Ne. Was war dieses Klingen? Das sind so ein paar Dinge hier von der Fabrik. Ach, Amiens-Sound. Okay. Ich würde rausrennen auf den Turm hier draußen. Ja. Der Jäger, er hat sich hier gemeldet. Ja, der rennt rum. Jetzt wissen sie, jetzt weiß er, wo ich bin. Du kannst es also nicht die ganze Zeit rumspammen, sag ich jetzt mal. Okay. Ich würde nur so ein bisschen rumreden, sagt man. Ja, also Bägen sagt man halt Ködern. Wo oben. Ich sehe ihn. Ja. Ja, schieß, schieß, schieß. Hast du? Ja. Das ist nämlich das, was ich meinte. Achso, ich musste dich ja nicht wieder beleben oder was? Nö, ich konnte ja mit einem Medikit wiederkommen. Weil der hat mich nur gedowned. Ja. So. Haben wir ihn geködert. Tja. Hast du auch mal einen, aber ich... Schön. Keine Chance. Also müssen die Deutschen was anderes einfallen. Ja, das wird so nix. Das wird so nix. Der Schafschutz, Digga, hat dich markiert. Ja, das ist so nix. Ach, das kommt jetzt zu spät. Okay. Ja, ja. Schön vorbei. Weil er wusste ja nur von mir, aber nicht von dir. Ja. Rude daran. That's all. Ich werde mal hier lang gehen. Ja. Wow. Wir müssen den Feind abwehren. Vampirjäger? What? Ähm. Scheiße. Ich bin ein bisschen in der Bredouille hier, aber ich glaube, ich... Oh, ob der Auge ist. Alter, was? Oh, das Spiel ruge gerade. Eieieiei, was war denn jetzt los? Hm? Äh. Komisch. Jawohl. Hier sind drei Leute drin. Oh. Ich hatte keine Angst. Niemand. Ist da jemand? Als würde jemand über meinen Grab laufen. Gut, ich komme mal, äh, schnell rum da. Klamate! Und... Da, naja. Klar. Ja, den habe ich ja gerade noch so gesehen. Ah, das ist wunderschön. Und natürlich noch wieder her. Ja. Bleibende Hüftschaden. Ja, das... Schwierig. Okay, oh. Das waren die drei hier auch. Gibt es da irgendwas Schönes, was ich hier... Oh, geht doch noch erwischt. Gut. Eieieiei. Wer hat ihn ab? Das ist unser Land. Na gut. Damit kann ich hier sein. Da ist... Oh, ne Waffenkammer? Na, du bist in der Nähe der Waffenkammer. Das ist nett. Ach, hier oben. Irgendwie genau hier neben oder so ist das. Ich dachte erst, es sah von ihm aus. Das wäre es ja noch gewesen. Ja. Ich komme da nicht rum. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme oder vielleicht hinter der Tür ist das doch. Aber da komme ich nicht hin. Ich laufe nochmal kurz andersrum. Ja denn. Hm. Ich mache nicht alles kaputt. Okay. Ach ja. Ach, hier ist er aber schon fertig dann. Ach, guck mal. Ja, genau. Wer kann ich denn da hin, verdammt? Das kann ich dir nicht sagen. Oh, warte. Vielleicht hier. Losknacken. Ja. Ja, da kommen wir doch schon der Sache näher. Ja. Bitte. Ach guck mal. Ja, nice. Tschüss. So. Das. Was. Neues. Ah. Okay. Das ist der Schaller, den du hast. Die Moore One Schalldämpfer wahrscheinlich. Oh, das kann sein, dass er so heißt. Funkraum. Ah. Solo. Oh, geil. Oh, ich habe laminierte Buche, kann ich jetzt hier mein Gewehr ausstatten. Ui. Oder leichte Ulme. Hä? Oh. Das ist ja auch wenn ich mein, wenn das Gewehr anders Holz hat, ist die Kontrolle auch anders. Okay. Ich würde mal sagen, ich habe die dritte Werkbank. Fein. Das ist wunderbar. Nicht? Oh, ich kann ein komplett neues Gewehr auswählen. Das ist Rem 1. Oh. Gewehr 43, Alter. Oh. Das ist halbautomatisch. Tatsache, ja. Das möchte ich mir gerne mal bieten. Geben. 130 Meter Höhere Reichweite. Oh. 23 Schalldämpfer. Nur 67 Meter Höhere Reichweite. Geil. Gib das. Gib das her. Erweiterter Lauf. Erweiterter Lauf. Erweiterter Lauf. Von Kontrolle wird bei mir immer weniger, aber ich habe davon noch nie was gemerkt, dass da irgendwie Kontrollverlust war oder sowas. Ja, das habe ich auch noch nie so wirklich gemerkt. Okay. Habe ich nicht irgendwo noch ein Zielfernrohr? Ja. So, das hat nur ein Sechsfach-Zoom. Ja. Das ist natürlich uncool. Das möchte ich nicht. Hat das irgendwann mal noch ein größeres? Oder bleibt das bei Sechsfach? Hm. Weil das wäre eine Kacke. Ja, es bleibt bei Sechsfach. Ach. Es gibt noch ein Dreifach, aber das ist ein Nachtsicht. Oh, okay. Nee. Äh, doch. Sechsfach ist ein Nachtsicht. Hm. Ah, nee. Das ist ja nichts. Das ist ja Quatsch. Das ist echt Quatsch mit Soße. Hm-mm. So, ich mache mal die Jagd weiter. Ja. Haben wir noch das eine oder andere hier zu erledigen. Sollen wir noch mal gucken mit dem Visier, aber da ist alles gut. Okay. Oh. Achso, nee. Ja. Hast du alles? Ich glaube ja. Ja. Gut. Fein. Können wir weiter machen. Hast du eine Brechstange? Ja, habe ich. Hier ist die Kiste, die kannst du da aufmachen. Ja, warte. Also in dieser, äh, Waffenkammer. Zwei sogar. Bei einem kann ich das Schloss knacken, bei der anderen brauche ich eine Brechstange. Äh, ja, ich komme schnell rum da. Okay. Rat Bombs. Straight out of the playbook. I'll put it to good use. Wenn ich weiß, wie ich da hinkomme. Äh, ja. Ist in der Fabrik eine Tür, die ich aufgemacht habe. Warte, ich komme dir so ein bisschen entgegen wieder. Oh, da ist jemand am Alarm machen. Das war ich nicht. Nee, warst du nicht. Ach, hier ist wieder das Symbol. Ja. Sag dir mal Waffenkammer an. Ja, hier runter. Da ist ein Werkband. Ach, hier runter. Ja. Du bist mich wo verarschen. Nope. Ach, da runter. Wow. Was ist da los? Ich guck hier rein in den Müllbehalter und denk mir so. Was will ich denn von mir? Ja, steig. Ja, geh mal da runter. Das ist, äh, gut. Ich hab mich leicht verarscht gefühlt. Kein Problem. Oh, hier sind Beuzelschneider drin. Ja, ich hab einen. Na gut, dann nehme ich den auch nicht. Achso, nee, ich hab den nicht, aber nimm den mal mit. Also, ja gut. Du bist zu spät. Okay. Oh. wer oder wo oder was ich den jetzt anvisiert kann ich weiß da waren drei leute eben oben in ordnung oh ja die rennenwiderrichtung das ist das eigentlich was war das hier trott platz reicht jetzt oh die mich alles jäger weiß ich nicht weil ich davon halten soll da hinten sind dann nehme ich auch gerne ein von ich werde kann der hatte glaube ich gleich ja bitte jetzt wenn die nämlich ein bisschen ach ja das ist was schönes augen schuss abschuss wir dürfen die eigentlich nicht mehr haben und doch andere seite da drüben recht noch gewesen was aber die scheiße aus ja bin ich gerade drüber Gut Endlich Endlich kann man wieder Töten